Hallo, Mr. Robot. Hier sind ja die Fernsteuerinnen. Großen darf ich nicht anfassen. Ich nehme mir einen Cookie. Hallo? Hallo? Ey, wer war das? Felix, kannst du... Dein Du? Ja, kannst du bitte rausgehen. Bitte. Bitte, Felix. Geh Du raus. Hallo. Wer bist Du? Ich bin niemand. Ich bin die Lara. Hallo Lara. Mein Name ist Knut. Wie heißt Du? Ich heiß Matteo. Es freut mich, Dich kennenzulernen. Hilfe!